Moin liebe Hifi-Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Max und heute dreht sich alles um Hifi-Lösungen, um einen Lobbereich bis 3.000 Euro. Viel Spaß dabei! So Freunde, ich habe mich jetzt einmal wieder neben die erste Anlage gesetzt. Wir machen das so, dass wir euch insgesamt drei Anlagen zeigen werden, die alle in dieser Preis-Range bis 3.000 Euro roundabout sind. Ich habe jetzt einfach mal angefangen mit der ersten Anlage und erkläre euch mal ein bisschen was dazu, was ich mir denn jetzt hier hingestellt habe. Wie gesagt, ich habe es im vorherigen Video auch schon gesagt, das ist alles immer eine objektive Meinung, immer eine eigene Meinung. Meine Kollegen machen es vielleicht anders. Ich finde es so gut, ich habe damit meine Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich hier als erstes Plattenspieler-Modell mit dem Yamaha Vinyl 500 geschnappt. Den gibt es in weiß und in schwarz übrigens. Warum habe ich den genommen? Gerade im Einsteiger-Bereich oder für Platten-Einsteiger ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr geeignetes Modell. Ich sage auch genau warum. Erstens, wir haben auf der einen Seite die Plattenwiedergabe, die hier sehr gut funktioniert. Wir haben ein super Audio-Technica-System drauf, haben auch einen Bayonett-Verschluss, wir können also auch die Hedgeheads tauschen, wenn wir das möchten. Wir haben einen ganz anständigen Plattenteller dabei, haben ein schönes Chassis, es steht sehr gut und die Wiedergabe hört sich sehr luftig und sehr schön dynamisch an. Was aber das Zweite dazu ist, weswegen ich diesen Plattenspieler gerade auch für Plattenanfänger empfehle, ist, dass wir mit dem Plattenspieler auch MusicCast streamen können. Das Gerät hat also ein MusicCast-Board eingebaut, womit wir halt also quasi unser MusicCast-System zu Hause von Yamaha mit dem Plattenspieler erweitern können oder unsere bestehende Anlage erweitern können. Denn die jungen Leute, einschließlich mir heutzutage und auch dem Kameramann Lukas hinter der Cam, wir haben alle irgendwelche Streaming-Dienste, sei es Deezer, Tidal oder Spotify. Und das können wir dann ganz einfach mit dem Plattenspieler auch über unseren Verstärker wiedergeben. Die Kenner unter euch werden jetzt den Verstärker schon erkennen, hierbei handelt es sich um einen RN803. Und zwar ist es auch ein Gerät, was natürlich auch MusicCast kann. Weiß ich auch, es ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber derjenige, der wirklich sagt, ich habe den jetzt ausgepackt und habe das jetzt gemerkt, eine Platte ist nicht mein Ding. Die Kenner mit weiter Streaming haben die dann halt eben als Möbelstück nochmal so ein bisschen zu Hause, die man auch nutzen kann. Vielleicht hat man auch irgendwann mal eine Zweitanlage, wo man die anschließen kann oder jemand braucht zu Hause. Die Eltern eventuell möchten sich mit Streaming anfreunden, haben dann aber auch ein ganz gutes Gadget noch für die Platten. Der RN803, mein persönlicher Favorite, wenn es so ein bisschen um Streamingverstärker geht, weil das Gerät einfach an sich sehr, sehr stimmig ist. Das Coole ist, wir haben hier noch eine AB-Schaltung, das macht mir das in der Vorführung sehr einfach. Und zu Hause kann man halt auch quasi mit einem B-Wiring-Kabel fahren, also B-Amping-Kabel, also 4 auf 4 fahren, dass man dann halt auch dementsprechend die ganze Leistung über die Lautsprecher abgeben kann. Wir haben ein sehr schönes Handling, die Geräte gibt es in Schwarz und in Silber. Für mich klanglich, ihr hört es jetzt vielleicht anders als ich, meine Kollegen auch, für mich klanglich ein sehr, sehr schöner Verstärker, weil er sehr linear klingt. Er klingt sehr, sehr geradlinig, man hat nicht so besonders diesen kühlen Sound, auch nicht diesen sehr warmen Sound, wie man das von britischen Verstärkern kennt, sondern wirklich sehr linear. Da machen das meiste wirklich die Lautsprecher. Kommen wir zu den Lautsprechern in der ersten Anlage. Das sind die Diamond 11.4 von der Firma Wharfdale, Traditionsunternehmen aus England. Die Kenner unter euch kennen diese Lautsprecherfirma bestimmt. Hier handelt es sich wirklich um ein schönes Produkt, was im Preis-Leistungs-Segment wirklich sehr, sehr gut ist. Ich finde es gerade optisch von der Verarbeitung und aber auch vom Sound ziemlich cool. Ist ein sehr schön warm klingender Lautsprecher, wie ich finde. Es kommt meinem Sound sehr, sehr nah. Wir haben hier eine schöne Lackoberfläche noch vorne. Leider nicht das ganze Gehäuse. Das hat dann wahrscheinlich Fertigungsgründe und preisliche Gründe. Dieser Lautsprecher kostet das Paar tatsächlich nur 750 Euro. Das Paar für einen wirklich männlichen Stand-Lautsprecher. Die Preise der anderen Geräte habe ich jetzt leider vergessen. Die werde ich euch natürlich jetzt nochmal nennen. Der Plattenspieler liegt bei 599 Euro und der Verstärker liegt bei 879 Euro. Die Summe addieren wir da oder da, rechnen wir das Ganze mal plus und dann habt ihr den ganzen N-Preis. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon über meine erste Favorite-Anlage gesprochen. Dann kommen wir jetzt zur zweiten. So, kommen wir jetzt zur letzten Anlage in unserem Starterfeld. In meinen Augen meine favorisierte von allen dreien. Die finde ich klanglich und auch optisch ziemlich cool. Ich fange wieder oben an. Technics SL1500. Ein sehr geiler Plattenspieler, wie ich finde. Direkttriebler. Wir haben wieder einen Bajonettverschluss am Tonablierersystem. Können es also sehr bequem austauschen. Haben aber ein MM-System jetzt gerade dran. Das Autofone 2M Red. Was dazu auch übrigens sehr, sehr gut passt, wie ich finde. Wir haben schönes Chassis. Einen schönen Teller angebaut. Der ist natürlich etwas abgespeckter als der 1200er. Ist ganz klar. Ist auch eine Preisdifferenz von immerhin 500 Euro. Da muss was anders sein. Aber für diejenigen, die schon vielleicht ein bisschen Plattenerfahrung haben. Oder das gehört haben und unbedingt haben möchten. Die auch ein bisschen mehr Geld da rein investieren möchten. Müssen hierfür halt 1000 Euro auf den Tisch legen. Was ich aber bei diesem Plattenspieler wirklich sehr gerechtfertigt finde. Weil der wirklich alles bietet, was man als Plattenspieler-Fan braucht. Wir haben die direkte Umschaltung von 33 auf 45. Für die Shellac-Jungs unter euch. Eine 76er oder 78er. Gibt es leider nicht. Aber wir haben nur die Möglichkeit, 33 von 45 zu nehmen. Einen eingebauten Phonoprä haben wir auch. Das haben wir allerdings bei allen. Deswegen sind wir hier nicht daran gebunden, einen extra Phonoprä noch kaufen zu müssen. Welchen Verstärker haben wir? Auch einer meiner Favorites. Einen Cambridge CX-A81. Wir wollten eigentlich den 61er hier stehen haben. Den haben wir leider gerade nicht an Lager. Deswegen haben wir uns für den 81er entschieden. Da ihr mit ihr die Optik so ein bisschen seht, wie das Ganze auch aussieht. Den gibt es nur in Grau leider. Dementsprechend farblich jetzt nicht ganz aufeinander abgestimmt. Aber klang nicht wirklich sehr, sehr gut, wie ich finde. Schöner britischer Klang. Ordentlich Kraft beim 61er 60 Watt, beim 81er 80 Watt. Finde ich, braucht man gar nicht so viel zu sagen. Wir haben digitale und analoge Anschlüsse. Also falls wir doch mal auf digital irgendwann wechseln sollten mit dem Streamer oder ähnliches, haben wir dann definitiv auch noch die Möglichkeiten offen. Haben aber dann natürlich auch die analogen Anschlüsse, um unseren Plattenspieler direkt mit dem Schinch-Kabel anzuschließen. Was haben wir noch? Wir haben die Lautsprecher natürlich. Und zwar die Wharfdale Linden finde ich optisch wirklich ein Hingucker, weil die erstmal aussehen wie so ein Lautsprecher aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Finde ich sehr, sehr cool. Klingt auch sehr, sehr cool. Gerade in Verbindung mit dem CX-81. Wirklich ein Hammer. Man hat wirklich schönen britischen Sound. Passt wirklich zu allen möglichen warmen Musikstücken, wie ich finde. Also gerade Jazz, Blues und so die ganzen Geschichten kann man damit wirklich wunderbar abspielen. Der Verstärker, also der 61er, den ich dazu eigentlich empfehle. Klar, man kann, sag ich jetzt mal, nie genug an Verstärkerkraft haben. Eigentlich nur zu wenig, aber der 61er reicht vollkommen aus. Wir liegen beim 61er bei 899 Euro und liegen beim 81er bei 1199 Euro. Also 300 Euro Unterschied, die ihr bitte mit in die Berechnung mit einfließen lassen müsst, dass wir nicht den 81er nehmen, sondern den 61er. Die Linden liegen das Paar inklusive Ständer bei 1300 Euro. Die Ständer sind aber wirklich nur optional. Also ihr kommt nicht inklusive, die kommen nicht mit den Ständern geliefert. Ihr könnt auch nur die Linden nehmen, die auf dem Lowboard oder was selbst gebaut ist vielleicht. Geht auch, habe ich auch schon häufig gehört, dass man Stands, der Trend geht wirklich zum selber bauen, weil die dann wirklich sehr teuer sind, finde ich. Natürlich, gerade auch bei kleinen Lautsprecher-Stands. Die liegen, das Stand, bei 300 Euro. Die könnt ihr auch nochmal abziehen. Wir schreiben das auch alles natürlich hier unten mit drunter. Hiermit habt ihr wirklich eine wunderschöne Anlage, die sehr, sehr gut klingt, die auch ein bisschen weiter mitwachsen kann. Also der Verstärker kann auch nochmal etwas leistungshungrigere Lautsprecher antreiben. Der Plattenspieler, damit habt ihr auch lange Freude dran, weil ihr halt eben so schnell auch die Tonladen nicht mehr wechseln könnt. Ihr könnt auch ohne Probleme einen Orthophon Black anschließen für 600 Euro. Das macht das alles mit. Das ist alles wachsbar und das finde ich halt ziemlich cool. Und die Option halt dementsprechend noch durch die ganzen Analog-Anschlüsse auch noch einen ganz coolen Streamer anzuschließen. Na klar, wir könnten Analog-Digital-Anschlüsse, meine ich. Wir können auch noch bei den anderen Geräten auf jeden Fall einen Streamer anschließen per Analog dann. Oder der Yamaha hat ja einen eingebauten drin, wie ihr eben schon gehört habt, durch das Music-Cast-System. Und ja, dementsprechend war das unsere dritte Anlage im Bunde, auch die letzte. Das andere Video habt ihr bestimmt schon angeklickt oder seht es jetzt nach diesem Video über die digitalen Anlagen im Bereich 3.000 Euro. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bitte nicht vergessen, den Daumen nach oben zu geben, ein Abo da zu lassen und besucht uns gerne auf unserer Website www.fidelity-h.de und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.